Mein Name ist Stefan Schulmeister. Ich bin seit 50 Jahren in der Wirtschaftsforschung tätig, jetzt bereits in Pension, aber noch immer recht aktiv. Was sind die großen, relevanten Themen der Zukunft? Ich würde nicht die Probleme quasi gegeneinander ausspielen, zu sagen, das ist das Wichtigste, das zweitwichtigste, sondern ich würde mal sagen, es gibt zwei gewaltige Problembereiche. Das eine betrifft die Beziehungen der Menschen zueinander, also sowas wie sozialer Zusammenhalt, Solidarität als Gegengewicht zum Individualismus der letzten Jahre und Jahrzehnte. Und der zweite Bereich bezieht sich auf den Zusammenhang zwischen Mensch und Natur. Das betrifft natürlich die Fragen des Klimawandels, der generellen Umweltverschlechterung, Biodiversität und ähnliches. Welches sind Ihrer Einschätzung nach die wichtigsten Herausforderungen für Wien? Naja, im Grunde die gleichen Problembereiche. Es würde jetzt darum gehen, wie können wir Wien noch lebenswerter machen, insbesondere in sozialer Hinsicht. Das betrifft also das direkte Ansprechen der großen sozialen Ungleichheit, die überall auf der Welt und auch in Wien natürlich zugenommen hat. Man sieht es etwa an der Entwicklung der Wohnbezirke, man sieht es daran, wenn man in Grinzig oder Hitzing spazieren geht und sich sozusagen die Häuser willen etc. ansieht und dann vergleicht mit Simmering-Favoriten und ähnlichen Bezirken, wo sozusagen die Armut immer kennbarer wird, immer offensichtlicher wird. Also was sind jetzt die großen sozialen Probleme, die in Wien angegangen werden müssten? Meiner Ansicht nach natürlich das Wohnen, insbesondere für junge Leute. Zweitens die Lebenschancen der Kinder mit Migrationshintergrund, dass also hier im Bildungssystem viel mehr investiert werden müsste, aber auch schon in der Vorschulerziehung und generell. Und der dritte Bereich ist natürlich der der Alten, Pflegeproblematik. Also der gemeinsame Nenner ist in all diesen Dingen Modernisierung und Stärkung des Sozialstaats. Und der zweite Bereich ist natürlich, wie kann Wien ökologisch lebenswerter werden? Durch welche Maßnahmen könnten wir zum Beispiel den Verkehr entschleunigen? Das ist ganz bestimmt einer der wichtigsten Punkte. Wie können wir zu mehr Ruhezonen kommen in der Stadt? Wie können wir die Umstellung auf sozusagen karbonfreie Wirtschaft schaffen? Das sind die zweiten wichtigen Bereiche. Welche Fragen sollten am dringendsten beantwortet werden? Ich halte nicht viel von einem Ranking, weil aus meiner Sicht die Krise, in der wir uns befinden, eine Systemkrise ist. Bei einer Systemkrise kann man nicht sagen, das ist das Hauptproblem, das ist das Nebenproblem, sondern alle Probleme, alle großen Probleme sind miteinander verflochten. Das heißt, wenn ich mir die Frage stelle, welche Folge hat der zunehmende Individualismus, der Egoismus, jeder seines Glückes schmied, dann strahlt es halt auf verschiedene Bereiche auf, auf die Frage der unterschiedlichen Chancen zu einer Wohnung zu kommen, bis hin zur Organisation der Pflege durch fast sklavenähnliche 24-Stunden-Pflegerinnen. Und wenn ich also Krisen als Systemkrisen begreife, dann möchte ich mehr das Augenmerk lenken auf die Zusammenhänge und weniger jetzt auf eine Rangordnung. Das ist das Wichtigste und das ist das weniger Wichtige. Und im Sinne eines positiven Ausblicks und zur Inspiration für uns alle würden wir gerne wissen, wie sieht das Wien Ihrer Träume aus? Ganz einfach. Es muss sozusagen besser als bisher ein gutes Leben für alle ermöglichen. Das würde bedeuten, dass wir im Bereich des Wohnbaus, des sozialen Wohnbaus noch wesentlich stärker forcieren, als Gott sei Dank in Wien im Vergleich zu anderen Metropolen ohnehin schon ausgebaut wurde. Wir müssen das Zusammenleben entschleunigen, also mehr Straßen, wo meinetwegen Gemeinschaftsgärten sind, wo kleine Parks entstehen, wo die Bürgerinnen und Bürger selbst mitgestalten können. Wir müssen im Bereich der Umwelt ganz bestimmt danach trachten. Und das wird eine Riesenaufgabe sein, die gesamte Heizung des Wohnhausbestandes, insbesondere eben die alten Häuser aus dem 19. Jahrhundert, dennoch sozusagen CO2-frei zu machen, also auf Erdgas zu verzichten. Wie immer das möglich ist, durch Fernwärme, die Geothermie und Ähnliches. In Details möchte ich hier nicht gehen. Und ja, das würde ich sagen, und etwa was die Kinder betrifft, das ist mir natürlich ein besonderes Anliegen, dass wir endlich zu einer Gesamtschule der 10- bis 14-Jährigen kommen, dass die Eltern nicht so belastet werden mit den Kosten für Nachhilfestunden, die eben selbstverständlich das Aufgabenmachen Teil des Schullebens bedeutet. Wenn man den Kindern zu Hause sind, dann geht es darum, das Leben zu genießen und nicht unbedingt weiter lernen zu müssen.